Okay Leute, willkommen zurück zu Stronger Crusader, ja. Wieso bin ich im Ladescreen? Ich habe vorhin im Spiel gespeichert, um zu gucken, ob der das in 1024x678 flüssig aufnimmt. Hat er natürlich nicht getan, aber naja, das ist jetzt ein anderes Problem, das eigentlich nicht so groß ist. Ja, ich habe gespeichert, wollte laden und dann sehe ich das. Ja, er hat das nicht gespeichert. Jetzt ist die Frage, was machen wir nun? Und ich hätte die Idee jetzt, ich habe ja nicht lange gespielt, als ich die Aufnahme beendet habe, hat er mich kurz nach angegriffen. Das ist jetzt hier schief gegangen, wie ihr jetzt im Hintergrund sehen könnt. Und ja, wie soll ich aber, ja, ich muss jetzt die Mission wohl an, in dieser Aufnahmesession zu Ende spielen, damit ich das Spiel dann beenden kann. Das dann administrative Rechte geben kann und dann erst. Ach, Kinder, Mensch, was macht ihr mit mir? Oder was macht das Spiel mit mir? Mach mir weiter, hier sind wir stehen geblieben. Hier waren wir, ich habe hier nichts gemacht eigentlich. Ein paar Truppen hier oben hingestellt, er hat angegriffen, ist fehlgeschlagen. Ich bin gut und er ist scheiße. Einfach mal kurz gesagt. Wir haben ein paar viele Steine, aber das interessiert mich nicht. Eine Nachricht von Saladin. Bei allen Heiligen, ihr kämpft gut. Zu gut, fürchte ich. So, also wir bereiten uns jetzt auf die Schlacht vor. Auf die Jahrtausendschlacht, Leute. Denn wir müssen den schneller besiegen. Irgendwie weiß ich, okay, Bock hier. Ich muss ja jetzt schneller machen, weil ich dachte, der speichert das alles ganz normal ab. Aber er hat es doch nicht gemacht. Das Problem hatte ich ja schon mal, dass er das nicht gespeichert hat. Aber das war dann damals nicht so groß, aber diesmal ist das ein bisschen größer das Problem. Das Problem ist ein bisschen größer geworden. Ich könnte auch gemein sein. Ich könnte auch gemein sein. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Das ist nur so ein geiler Trick, ey. Wie die Computergegnung reagieren, alles abreißen. Ein weiter Weg. Unser Werkzeug ist bereit. What the shit. Dafür muss ich hier aber nicht mehr aufpassen, dass der das nicht abreißt. Ich brauche mehr Bogenschützern. Gebt mir Bogenschützern, ihr werdet leben. So, dann provozieren wir ihn im Biddle. Ein guter Marsch. Euer Gnaden nennt euren Wunsch. Ein guter Marsch. Oh, ey. Was soll denn hier rum, nur weil es ein bisschen weiter weg ist, als euer Zuhause hier. Oh, es klingelt. Einen Moment, bitte. So, liebe Kinder. Es hat kurz geklingelt. Ich bitte um Vergebung. Aber naja, gut. Ihr habt sowieso nichts mitgekriegt hier so, eigentlich. Aber... Na ja, na ja, dann. Wie sieht's denn aus hier? Steht alles wieder eins. Muss ich sagen, sieht gut aus. Sieht fantastisch aus. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Bin zur Stelle. Es werden Waffen, es werden Routen benötigt sein. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, äh, jetzt gerade eben. Hat jemand angerufen, habe ich ja schon gesagt. So, dann gucken wir mal, wie weit der Triebock kommt, ne? Ich würde mal sagen, von hier. Wie kommen die überhaupt hier hin? What the fuck? Ey, ist ja noch besser hier, dann kann ich ja... Fantastisch! Kommt der auch? Hier? No. So macht man das, Leute, ne? Genau so und nicht anders. Ich lehre euch, wie vor allem... Ich lehre euch das richtigen Stronghold-Spiel. Könnt euch glücklich schätzen. Das mache ich nicht bei jedem. Ey, jetzt brauche ich jetzt hier außen lang. Ey, die Kakao-Hütten nützen mir. Sind scheiße hier in dem Dorf. Och, du Mongostus, Alter. So ist das da schon... Man soll das mir nicht anzeigen, dass das angreifen kann. Jetzt wohne ich gerade weg. So, komm, mach Eier. Na was? Jetzt reißt du... Fucking gay burg. Ey, stellt euch mal vor, ich hätte weniger Geld. Oh, Herr, ihr seid mir in der Tat ein Dörren im Haufen. Trivok, bereit! Seid Trivok, Belagerungsgeräte! Können wir helfen? Das ist wahre Macht. Wieso greift der das denn nicht an? Ist der schwul? Verlassen, Belagerungsgeräte, Trivok, bereit! Seid Trivok ist berechtet! Guck, guck, der macht das, aber die anderen, die sagen sich, ach, hier, ich werde für... Gehst du mal dort rein? Oh, was ist denn? Ey, ich weiß gar nicht, ob ich noch baue hier. Irgendein Mist. Unser Werkzeug ist bereit. Konstruieren Belagerungsgeräte. Trivok, bereit! Seid Trivok, bereit! Seid Trivok, eine Pause! Gebt uns eine Aufgabe! Verarschen! Sie greifen ihn ja an. Trivok, bereit! Seid Trivok, ist berechtet! Hm, jetzt, äh... Jetzt haben sie sich gedacht, ach, jetzt greife ich mal an, damit der... Wir haben uns nicht aufgelöst, ganz... Ich hätte euch umgelegt nicht aufgelöst, ne, nochmal so ne... Zur Information! Halt dein Maul, sonst seid ihr alle tot! Was war das? Das ist so eine Kathedrale, hm? Kannst du mir alles leisten? Ich bin ja, du bist ja... Der Reich, der King. Ne, das hab ich vergessen, wenn ich aufgenommen hab, egal. Trivok, bereit! Sire, Flugbahn ist berechnet! Also, ich muss sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich sowas mache. Also, ich muss sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich sowas mache. Ey, vielleicht schaffe ich die Mission dann jetzt schon. Das wird auch so genial. Ich bin ja, ich weiß, dass ich genial bin, aber so, aber es ist so schnell geht. Ja, hätte ich nicht gedacht. Es werden Waffen benötigt. Wir stehen zu Dienst. Wie das geil aussieht hier alles, sag ich euch hier schon mal. Trivok, bereit! Sire, Flugbahn ist berechnet! Oh ja, das ist gut zerfetzt. Er ist denn zerfetzt. Okay. Ich bin einfach Genius. So, baue ich mal hier, weil es mir einfach zu langsam geht mit dem Kackbogen. Bogen, kack. Eigentlich kann ich mir auch Bögen kaufen, das mache ich jetzt aber auch. Ich habe ja nicht die Geldscheiße hier, ne? Machen wir uns. Voll geil, wie da hier alles Wasser hat, ey. Da muss ich hier irgendwo angreifen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ein weiter Weg. Trivok, bereit, Sire! Es greift mal an. Darauf habe ich es Bock. Schade, geht nicht. Dann habe ich darauf Bock. Flugbahn ist berechnet! Zack, fantastisch. Yeah, die Pwn hier alles weg. Aber wie die Computergegner überleben, auch in so einer schweren Zeit. Sag ich es mal so. Bin zur Stelle. Wie die sich dann noch über dem Wasser halten. Das ist gemein, dass da keiner nicht rausgehen und das killen. Der könnte jetzt so jetzt nur mit dem Bogenschützen das machen oder mit seinen Feuerwerfern. Ey, ich habe hier einen Weg vorgebahnt. Kann ich? Das ist schon mal gut. Trivok, bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Das ist eine sehr gute Idee. Aber das Scheiß ist, ich kann nicht abspeichern. Der Scheiß. Der Scheiß. Mein Bogen ist euer. Marklich wie ein Kaltenhaus. Mein Herr? Ja, ich komme rein. Ich bin so geil. Oh fuck! Das war jetzt doof. Eure Befehle? Na los, greif man jetzt an. Wir sind auf dem Weg. Wir sind bereit. Das ist doof, man. Ich hätte abspeichern sollen, aber ich kann ja nicht speichern. Greif an, Brüder! Seid gegrüßt. Wir verlangen viel. Alter, wie ist das alle weg ohne. Alter, wie ist das alle weg ohne. Das ist wahre Macht. Oh oh. Bogen schützenbereit. Mein Bogen ist euer. Pfeile bereit. Boden gespannter. Mein Herr? Ja, meine Bogenschützen sind safe. Eine Nachricht von Saladin. Ja, auch wenn ich den Part jetzt ein Bild überziehe. Ich meine, ja gut. Ich kann nicht speichern, man. Ich muss das tun jetzt. Eine Nachricht von Saladin. Ich denke, das war's für ihn. Ich hoffe ich doch. Ja, ich denke, das war's für ihn. Ja, ich denke, das war's für ihn. Jetzt wird er seine verfranzten Feuerwerfer, Alter. Die gehen wir so auf den Sack. Meine Toilette hier. Wie ist das so mit der Eignisse? Ich weiß, was sagt Ihr seid mächtig in der Schlacht. Wie ist das so mit der Eignisse? Ich gebe mich eurer Gnade. Wir sind siegreich Sire. Ich bin so gut, ich bin so gut, ja, ich bin so gut, auch mit unfacher Taktik, wir sind jetzt hier bei Mission 10 von 50, das ist schon mal sehr nice, oder? 50 Jahre waren es, 50 Jahre, na, ja, ich habe auch hier vorgespult ein Bild, ja, ich habe vorgespult, wir kommen bei Part 100, nee, Scherz, Land unter den Palmen, gucken wir uns an, oh Gott, das kann ja was werden hier mit dem Kack, mit der Kackratten, aber ansonsten alles easy noch, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses LP bis Part 500 gehen wird, wenn ich ganz lange brauche, aber das ist ja ein Nebenprojekt und ich soll das machen, wenn ich am Wochenende bin, wenn ich mal Zeit habe, wie jetzt, und ja, wir werden uns dann beim nächsten Part, Leute, sehen, wenn ich die Mission 10 anfange, Land unter den, unter Palmen, jo, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part, Leute, ciao!